Hallo Leute, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe euch heute acht Tipps zusammengestellt, wie ich meine Werkstatt hier organisiere und sortiere und die möchte ich euch heute mitgeben. Vielleicht ist da ja auch der ein oder andere Hinweis für euch bei, wie ihr euer Material und euer Werkzeug auch organisieren und sortieren könnt, damit ihr es im Bedarfsfall eben wiederfindet. Und ich erkläre euch, warum die Antwort auf die Frage aller Fragen nicht 42 ist, sondern 40 oder 80. Also, ihr seht, es wird spannend. Los geht's! Ja, fangen wir direkt an. Bei Tipp Nummer 1 geht es darum, euer ganzes Zeug, das ihr so habt, erstmal zu systematisieren. Und zwar bildet hier drei Kategorien. Das erste ist Werkzeug. Und zwar ist jetzt egal, ob das jetzt Handwerkzeug, Akkuwerkzeuge oder irgendwie Kabelwerkzeuge sind, das ist auf jeden Fall erstmal eine Kategorie. Ja, Kategorie 2 sind alle Hilfsmittel oder alle Verbrauchsstoffe, die ihr so habt. Also alles, was ihr eben für die Arbeit braucht, was sich dann aber halt eben aufbraucht, sozusagen. Putzlappen, Schleifpapiere, Klebstoffe, Pinsel, aber im Endeffekt auch halt all so Zeug. Ja, und Kategorie 3 ist quasi das gesamte Material, das ihr verbaut. Dabei denke ich jetzt nicht nur an irgendwie Baustoffe oder Holzplatten, sondern auch an Schrauben, Scharniere, Winkel, alles Mögliche, was ihr halt habt, was halt hinterher in eurem fertigen Produkt landet. So, Schritt Nummer 2 ist, dass ihr jetzt für jede dieser Kategorien einen individuellen Aufbewahrungsort festlegt. Ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass Werkzeug an der Werkzeugwand untergebracht ist, aber auch ganz oft hier unten in L-Boxen. Also da ist jetzt wirklich rein das Werkzeug drin, kein Verbrauchsmaterial oder sowas in der Art. Die eigentlichen Hilfsmittel zum Beispiel habe ich hier in dem Schrank untergebracht. Ihr seht, da sind irgendwelche Unterlegeklötzchen, Schleifpapiere, Putzlappen, hier oben Pinselreiniger und alles, was man so in Tuben hat, aber auch Staubsaugerbeutel. Also all das Verbrauchsmaterial ist da in dem Schrank und all diese ganzen Baumaterialien, also Schrauben und Co., das ist hier zum Beispiel in diesen Schubfächern, aber auch hier in den Sichtlagerfächern oder in den L-Box Minis habe ich auch viel davon untergebracht. So, bei Tipp Nummer 3 kommt es jetzt so ein bisschen darauf an, wie ihr arbeitet. Wenn ihr hauptsächlich in der Werkstatt arbeitet, also jetzt hier vor Ort, zum Beispiel Möbel baut, sage ich jetzt mal, ist das vielleicht ein bisschen anders. Bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich hauptsächlich im Haus unterwegs bin. Ich arbeite am Haus, saniere, renoviere hier und brauche also das wenigste an Werkzeug hier wirklich vor Ort. Und darauf habe ich hier meine Werkzeugwand ganz konsequent angepasst. Ich habe jetzt hier wirklich nur das reingepackt, was ich hier vor Ort an der Werkbank brauche, wenn ich hier was mache, also kleine Zwischenschritte oder so. Das habe ich halt jetzt hier in Reichweite aufgehängt, sodass ich halt dann entsprechend drankomme, aber eben nur die Sachen, die ich halt hier brauche. Wenn euch übrigens weiteres zu dieser Werkzeugwand hier interessiert, klickt mal oben auf das Video, da habe ich euch das näher vorgestellt. Es ist aber auch so, dass ich inzwischen relativ viele Werkzeugsachen doppelt habe und erst recht so die Standardsachen, sage ich jetzt mal, ein Hammer oder so. Den will ich jetzt hier in Reichweite haben und nicht jedes Mal aus der Werkzeugkiste holen, zumal es ja auch einfach sein kann, dass die Werkzeugkiste gerade irgendwo im Haus unterwegs ist an der Baustelle. Ja, und deshalb hat sich halt im Laufe der Zeit vieles auch doppelt angesammelt. Mein Tipp Nummer 4 für euch ist, den Rest, den ihr halt wirklich unterwegs sozusagen braucht, wirklich ganz konsequent in Kisten unterzubringen. Ich hatte es gerade schon mal angedeutet, alles an Verbrauchsmaterial zum Beispiel habe ich halt hier in kleinen L-Boxen. Das fängt bei Elektro-Klemmen an, geht hier über, weiß ich nicht, Tiefziehnieten oder was habe ich hier oben noch? Ich glaube, hier müssten Trockenbauschrauben drin sein. Das ist halt alles wirklich in kleinen Boxen untergebracht. Hier habe ich ja noch ganz viele von diesen Zugschächtelchen hier. Dafür habe ich extra eine kleine L-Box mir reserviert. Und da passen die zufälligerweise perfekt rein. Ja, da kann ich jetzt hier diese kleinen Schublädelchen hier reinstellen und kann die dann im Endeffekt mitnehmen und habe die dann halt auf diese Weise auch transportabel. Mein Werkzeug, das hatte ich ja gerade schon gezeigt, ist halt weitestgehend irgendwie transportabel in L-Boxen untergebracht. Da habe ich halt mir im Laufe der Zeit die verschiedenen Boxen angelegt für. Ich verlinke stellvertretend für meine Werkzeugkiste, ihr könnt sie gar nicht sehen, sehe ich gerade, für die Werkzeugkiste hier, verlinke ich gerade mal oben das Video. Die habe ich komplett selbst gebaut, hier mit diesem Einleger und mit dem Shadowboard drin. Oder jetzt halt hier eine Kiste für den Akkuschrauber mit sämtlichem Zubehör, was man brauchen kann, von der Lochsäge angefangen über irgendwie einen Tiefenstopp, Forstnerbohrer, Kegelsenker und so weiter. Auch alles in einer Kiste konsequent zusammengepackt. Verlinke ich euch auch mal gerade oben das Video, wo es um die Box hier geht. Ja und oft genug hat man ja trotzdem noch irgendwie loses Werkzeug. Dafür habe ich mir eine Box speziell vorgesehen, das ist hier die LS-Box. Da ist unten so eine ausziehbare Schublade drin, die halte ich halt bewusst auch frei, damit ich halt da eben irgendwie loses Zeug reintun kann. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nur einen einzigen Gummihammer und wenn ich den jetzt brauche, nehme ich den halt mit, packe den da unten halt rein und habe dann so eben die Möglichkeit, den halt mitzunehmen. Dass man halt immer ausreichend Transportmöglichkeiten hat, um es jetzt nicht alles irgendwie doch wieder lose oder im Eimer rumzuschleppen. Um jetzt die ganzen L-Boxen Mini noch vernünftig unterbringen zu können, habe ich mir hier ein kleines spezielles Regal dafür gebaut. Das ist also relativ klein, hat also eine kurze Tiefe. Das sind jetzt nur 16 Zentimeter und da passen die L-Boxen halt hier perfekt nebeneinander rein. Ich habe da, ich nehme mal gerade hier kurz eine Platte raus. Hinten, so sieht man, so L-Winkel angenagelt, damit ich halt diesen Abstand hinten zur Wand vernünftig ausgleichen kann und halt hier hinten dann nichts über die Fuge fällt. So, jetzt kann man die L-Boxen hier entsprechend reinstellen und dann passt das. Die Montage von dem Regal hier an der Wand, das ist eine Sache von ein paar Minuten. Gerade mit den OSB-Platten an der Wand macht das eigentlich wirklich Spaß, weil ihr da einfach nur Holzschrauben nehmen müsst. Ihr schraubt diese Schienen an, müsst eigentlich nur darauf achten, dass die ein Innenmaß von 777 Millimetern haben und dann passen halt im Endeffekt zwischen diese Halter die ganz normalen 80 Zentimeter Regalbretter, die man dann halt hat. Hier gibt es noch so kleine Aufsteckhalter, damit die Bretter da wirklich genau sauber drauf sitzen, damit da nichts runterfällt und dann habt ihr halt wirklich schon da ein passendes Regal für. Tipp Nummer 5 ist, es muss aber auch nicht jedes Mal eine Systemkiste, eine L-Box oder irgendeine Sichtlagerkiste oder sonst was sein. Ich habe hier zum Beispiel für meine Kategorie Material auch ganz normale transparente Kunststoffboxen benutzt. Gerade dann, wenn man ein bisschen mehr von irgendwie einer Sorte hat, bietet sich das an, das halt irgendwie dann entsprechend hier einfach lose reinzupacken. Ich finde, es darf dann auch mal irgendwie ein Pappkarton oder einfach eine Zipptüte sein. Praktisch finde ich in dem Zusammenhang immer, wenn es transparent ist. Gilt für die Kästen, gilt aber auch halt für die Tüten. Man sieht halt auf den allerersten Blick, was da drin ist und hat dann einen viel schnelleren Überblick. Wenn ihr es draufschreibt, müsst ihr euch jedes Mal überlegen, wie diese Teile jetzt richtig heißen. Und gerade wenn das so eine Sammelsurium-Tüte ist, ist die Frage, ob man jetzt wirklich mal alles draufschreibt. Also eigentlich total unnötiger Aufwand. So habt ihr eine echte Chance, das ganze Zeug, was sich so im Laufe der Jahre ansammelt, auch wirklich wiederzuverwenden. Ich meine mal ganz ehrlich, wem ist das noch nicht passiert? Wie oft habt ihr schon irgendwas gekauft, was ihr eigentlich hattet und es erst ein paar Wochen später wiedergefunden habt? Oder es vielleicht wusstet, dass ihr es habt, aber nicht gefunden habt? Mein Tipp Nummer 6 ist, haltet euch bei allen Aufbewahrungslösungen möglichst an das Euromaß. Was ist das? Das geht eigentlich auf die Europalette zurück. Die ist 80 mal 1,20 und ganz ehrlich, das ist eigentlich eine Weltformel, muss man sagen. Weil ganz, ganz viele Sachen auf der Welt, die irgendwie mit Logistik zu tun haben, die transportiert werden müssen über die Meere in Containern und auf LKWs und Co. sind irgendwie an dieses Euromaß angelehnt, also sind Teile davon sozusagen. Das gilt jetzt hier für diese Boxen im Endeffekt auch und das gilt für ganz viele Kisten, die man auch zum Beispiel kaufen kann, aber eben nicht für alle. Die Boxen jetzt hier zum Beispiel sind 36 breit und 44 lang. So, das geht jetzt im Endeffekt auch auf dieses Euromaß zurück. Ich habe jetzt hier im Endeffekt ein Brett, das ist 80 breit und 40 tief, ist also ein Bruchteil von dem Euromaß. Und dadurch seht ihr, dass halt die Kisten jetzt hier zwei nebeneinander mit ein bisschen Abstand dazwischen perfekt draufpassen. Und ihr werdet merken, wenn ihr euch eigene Aufbewahrungslösung raussucht, dass halt ganz viel eben auf Bruchteile von diesem Euromaß zurückgeht und selbst Pappkartons irgendwie daran angelehnt sind. Wenn ihr das verwendet, habt ihr eben die Chance, den Platz möglichst optimal zu nutzen. Ja, also hier ist jetzt nicht, dass jetzt irgendwie auf einer Seite noch 20 Zentimeter überstehen würden oder sowas, sondern der Platz ist jetzt hier relativ gut genutzt und das geht halt eben auf dieses Euromaß zurück. Und deshalb sage ich auch ganz ehrlich, für mich ist das viel mehr die Antwort auf die Frage aller Fragen als die 42, nämlich eben alle Bruchteile von der Europalette, also alle 40, 80, 1, 20, weil super viel auf dieser Welt wirklich darauf abgestimmt ist. Ja, Tipp Nummer 7 ist, dass ihr beim Aufteilen der Materialien auf die Boxen natürlich auch so ein bisschen die Kategorie im Auge behalten solltet. Ich habe halt jetzt hier zum Beispiel eine Kiste gemacht, wo jetzt reines Elektroinstallationsmaterial drin ist, also alle Unterputzdosen, alle, weiß ich nicht, Schalter, Verteilerdosen und Co. Hier habe ich eine eigene Box, wo alles irgendwie aus dem Sanitär- oder Rohrbereich drin ist, sind ein paar Schellen drin, ein paar Verbindungsstücke, irgendwelche Quetschverbindungen und Co. Und das halt eben so durchziehen für alle Sachen. Hier habe ich alles, was irgendwie Holzbau, Möbelbau angeht. Hier sind Elektrogeräte drin, Bauteile, die noch irgendwie eingebaut werden müssen und Co. Also sprich, das alles irgendwie ein bisschen nach System aufteilen, damit ihr wirklich eine Chance habt, das auch wiederzufinden, wenn ihr es braucht. Ja, und dann haben wir natürlich noch Material, was man jetzt nicht in Boxen, Kisten oder irgendwelchen Regalen unterbringen kann. Und damit kommen wir zu meinem Tipp 8. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie Bauholz. Da habe ich hier ein separates Regal für gebaut, mit solchen Kragarmen, wo das gegenlehnen kann. Habe ich ein separates Video dazu gemacht und das verlinke ich euch jetzt hier oben gerade mal. Ja, aber natürlich gibt es halt noch die ganzen super voluminösen Sachen, die man jetzt auch noch irgendwie unterbringen muss. Der Klassiker ist irgendwie das Garagendach oder ein Dachboden. Der ist bei uns jetzt hier auch nicht anders. Das ist jetzt ein super niedriger Boden hier über unserer Garage. Und da ist halt wirklich alles an Baumaterialien, Balken und Co. drin, wo man relativ selten dran muss. Aber was halt doch mal ganz gut sein kann, wenn man es doch noch hat. Mein Tipp dafür, gerade wenn man da nicht unbedingt rumkramen will, ist, sich da irgendwie eine halbwegs übersichtliche Liste zu schreiben. Da einfach eben kurz notieren, was da alles vorhanden ist. Macht halt das Suchen im Zweifelsfall ein bisschen einfacher. Ja, klingt zwar super anstrengend, jetzt da irgendwie eine Inventur zu machen, aber gebt euch auf jeden Fall die Chance, das wirklich wieder zu verwenden und eben nicht doch neu zu kaufen oder euch einen Wolf zu suchen. Guckt auch möglichst, dass solche Bereiche nicht zu krass vollmüllen, weil das da drin, das ist Brandlast. Ja, also wenn es hier mal irgendwie ein Feuer gibt, dann ist das halt alles Zeug, was halt mitbrennen kann. Und je weniger da drin ist, je besser ist es eigentlich. Ja, das waren sie meine acht Tipps für ein bisschen mehr Ordnung und System auf eurer Baustelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das irgendwie geholfen hat oder ob ihr ein ganz anderes System habt oder ob euch das komplett egal ist und ihr einfach gar kein System habt und das alles irgendwie liegen habt. Würde mich einfach mal interessieren. So, und zum Abschluss habe ich jetzt hier noch eine Videoempfehlung für euch. Ich zeige euch, wie ich die Werkbank hier gebaut habe mit den Auszügen für die L-Boxen. Vielleicht ist es ja auch eine Anregung für euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Es kommen regelmäßig neue Videos von mir, auch immer wieder aus dem Bereich Werkstatt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin!